Ja, jetzt sind es sechs Wochen rum. Welchen Schuh darf ich denn jetzt alternativ zu dem mir mitgegebenen tragen? Ab jetzt sollten Sie einen steifsohligen Schuh tragen ab der sechsten Woche. Entweder ein Bergschuh, ein Trekkingschuh oder einen festen Turnschuh, dass Sie möglichst nicht zu viel Biegung hier haben und auch eine sehr gute Fersenführung, dass der Fuß nicht einbricht von hinten. Manchmal klagen Patienten über ein Knacken oder das ist eben eine spürbare Instabilität und solange diese spürbar ist, sollten Sie eben auch diesen steifsohligen Schuh tragen. Ansonsten dürfen Sie nach gegebener Zeit, je nach Belastbarkeit Ihres Fußes, auch in einen weicheren Schuh übergehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017